Musik Reine Schaurbuhle kann wegen ihrer starken Kräuselung viel isolierende Luft aufnehmen und je nach Klima, Feuchtigkeit speichern oder abgeben. Es findet also ein ständiger Temperaturausgleich statt, die dafür sorgt, dass man nicht nur modisch angezogen ist, sondern sich auch bei jedem Wetter drin wohlfühlt. Die Argana-Wulle, die ihnen Coop anbietet, kommt hauptsächlich von den Grossbretzen, einer Kreuzung zwischen Merino und Chevio Schaub, wie man sie im grossen Stil in Argentinien und Uruguay züchtet. Nach dem Scheren und Waschen kommt die Wulle dann in solchen Kammzugwicklen in die Schweiz. In der Kammgarnspinnerei Bebier in Lintal werden sie für Coop weiterverarbeitet. Zuerst wird der Kammzug zu einem gleichmässigen Vorgang gemischt und gestreckt. Dann entsteht in der Spinnerei in verschiedenen Arbeitsgängen das eigentliche Garn. Und in der Färberei sorgen die Spezialisten dafür, dass die Wulle auch immer in den aktuellen Modefarben verfügbar ist. Sie sieht also, obwohl er von Coop ist abgenommen zum Tragen, es gibt sie in vieler Modefarben, sie ist preisgünstig und einfach bestrickend. Guten Abend miteinander. Heute gibt es ein typisch italienisches Rindsbrot, nämlich ein Brasato. Ich habe gestern schon damit angefangen. Das Fleisch ist nämlich über Nacht in einer Marinade aus Chianti, Riebli, Sellerie, Zeebel, Knoblauch und einem Gewürzsträuschen gelegen. Wichtig ist, dass der Weissfleisch komplett bedeckt. Dann habe ich das gut abgetrocknete Fleisch im heissen Fett ringsumkräftig angebrotet. Ich habe es rausgenommen, mit Salz und Pfeffer gewürzt und mache jetzt das Gemüse aus der Marinade an. In diesem Fond. Dann mit Marinade und Wasser ablöschen. Ein Lorbeerblatt und ein Nägelchen dazu. Und das Fleisch zurück in den Topf geben. Zudeckt, anderthalb bis zwei Stunden schmoren. Um die Sauce zu binden, wird das Gemüse darin püriert. Das genaue Rezept zu diesem köstlichen Brasato können Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche nachlesen. Ich kann es nur empfehlen. Coop offeriert Ihnen einen Strauss Spraynelken für nur 4,20 €. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop zwei paar Wienerli Vakuum umverpackt, statt 2,60 € nur 1,95 €. Kiwis per Stück nur 40 Rappen. Auf Wiedersehen!